Im Studio möchte ich gerne darüber sprechen mit Professor Thomas Jäger von der Kölner Uni. Herzlich willkommen. Grüße Sie, Herr Bahner. Nun haben wir Trump wieder gehört. Er hat diesen nationalen Notstand angekündigt. Er will diese Mauer unbedingt haben. Wie denkt denn Amerika über diesen Präsidenten, wenn es ihn so erlebt wie gerade eben? Ich glaube, dass es drei unterschiedliche Reaktionen gibt, die auch drei Probleme adressieren, die damit verbunden sind. Denn die eine Reaktion wird sein, das bricht sozusagen eine Verfassungskrise durch. Weil der Präsident einem anderen Verfassungsorgan, dem Kongress, eine wichtige Kompetenz nehmen will. Nämlich die Kompetenz darüber zu bestimmen, für was Geld ausgegeben wird. Die zweite Reaktion wird sein, es geht wirklich um die Mauer. Und da gibt es die einen, die sie unbedingt wollen und andere, die es unbedingt ablehnen. Da sind zwischen Republikaner und Demokraten eben die Lager gespalten. Und das dritte, da werden viele dabei sein, die sagen, der Wahlkampf hat so richtig begonnen. Um den geht es jetzt. Und das muss man, glaube ich, ich glaube, man muss alle drei Dimensionen bedenken, um zu verstehen, was da gerade geschieht. Insofern hat der künftige Gegenkandidat in der eigenen Partei ja den geschickten Tag gewählt, das heute anzukündigen. Trump hat diesen nationalen Notstand ja jetzt auch verhängt, um auf der anderen Seite so eine Art Kompromiss im Kongress einzugehen und den Shutdown zu vermeiden, der sich sonst wieder angedeutet hätte. Gibt es da jetzt eine Zusammenarbeit? Ja, es ist ja in den letzten drei Wochen den Abordnungen der Demokraten und Republikaner gelungen, sich auf ein gemeinsames Haushaltsgesetz zu einigen. Und darin stehen eben 1,3 Milliarden für die Mauer zur Verfügung und nicht 5,7, wie Trump sie wollte. Und jetzt hätte er sagen können, das Haushaltsgesetz unterschreibe ich nicht. Dann wären morgen wieder eine Reihe von Regierungsmitarbeiter nach Hause geschickt worden mit all den Folgen. Das wollte er unbedingt vermeiden. Deshalb hat er sozusagen Not getrunken, diesen Haushaltsentwurf unterschreiben müssen. Er wird es noch tun. Und mehr Geld war da eben nicht rauszuholen bei den Demokraten. Und die Reaktion, seine Reaktion war, das lasse ich mir nicht bieten. Ich gehe nicht als Verlierer vom Feld. Ich hole mir das Geld auf andere Art und Weise. Und da kommt er nun wirklich in eine ganz schwierige Lage, die er selbst ja schon skizziert hat. Denn er wird vor Gerichten begründen müssen, warum er einen nationalen Notstand ausruft. Er wird begründen müssen, warum jetzt? Warum nicht vor vier Wochen? Warum nicht in drei Monaten? Warum nicht vor einem halben Jahr? Was ist die Situation, die ihn jetzt dazu bringt? Und da wird er eben nichts sagen können, weil mir die Demokraten das Geld nicht gegeben haben. Denn da würde jeder sagen, das ist Machtmissbrauch. Denn das ist in der amerikanischen Verfassung klar unterschieden. Der Kongress bewilligt Geld und der Präsident darf nur so viel ausgeben, wie er bekommt. Und er muss es für das ausgeben, für das es deklariert ist. Und die Exekution, die liegt dann in seiner Hand. Und dann nutzen Regierungen ja auch den Handlungsspielraum, den ihnen die Gesetze lassen. Aber hier war er eben nicht so groß, dass er noch aus anderen Töpfen hätte genügend zusammenziehen können. Aber das heißt, Trump strapaziert die amerikanische Verfassung bis zum Alleralleräußersten. Und ob er sie sozusagen überzogen hat, entscheiden Gerichte. Genau, das ist richtig. Es gibt ja seit Beginn des 20. Jahrhunderts, und so weit gehe ich jetzt nicht zurück, das geht ganz schnell, gibt es sozusagen den Kongress und den Präsidenten, die miteinander kämpfen. Denn als die Amerikaner ihre Politik begannen, war der Kongress die starke Institution und nicht der Präsident. Und deswegen spricht man nach dem Zweiten Weltkrieg von der imperialen Präsidentschaft, die sozusagen eine Kompetenz nach der anderen an sich herangezogen hat. In der Verfassung steht auch, dass der Kongress Kriege erklärt. Aber das machen inzwischen die Präsidenten aus eigener Kraft. Und hier fürchten viele, dass der Präsident eben auch dieses Budgetrecht jetzt zum Teil beschädigt und sich eine weitere Kompetenz anmaßt. Professor Thomas Jäger, vielen Dank für den Augenblick.